Hallo, mein Name ist Daniel Westland, ich bin der Autor von Schwarze Schwäne. Warum solltet ihr das lesen? Weil das Buch davon handelt. Weil das Buch von etwas handelt, was tatsächlich eintreten könnte, nämlich dem Untergang der Menschheit, weil wir Fehler gemacht haben. Die Risiken, denen wir ausgesetzt sind, denen jeder von uns ausgesetzt ist, nehmen jeden Tag zu und sie beeinflussen einander. Das heißt, die Dinge, die wir Menschen tun, haben Konsequenzen, die wir nicht unbedingt immer vorhersehen können. Diese Konsequenzen wiederum beeinflussen einander auch wieder in unvorhersehbarer Weise. Und die Arbeitshypothese des Buches ist zu sagen, das alles wird zum Untergang der Menschheit führen, wenn wir nicht ganz schnell gegensteuern. Wie kann das nun gehen? Darum geht es in dem Buch. Ich hoffe, es ist spannend geworden. Ich hoffe, es ist spannend herauszufinden, welche Risiken, welchen Risiken könnten wir ausgesetzt sein und was kann man dagegen tun. Letztlich ist es aber vor allem eine Liebesgeschichte. Und insofern handelt das Buch natürlich auch davon, zu sagen, was ist eigentlich wichtig im Leben, wofür lohnt es sich zu kämpfen. Und ist es nicht vielleicht so, dass nur dann, wenn wir zu einem Miteinander finden, wenn wir die Liebe finden, nicht unbedingt zu einem Partner, obwohl das im Buch so ist, aber zu uns, zur Welt, zu Freunden, Familie, dann lohnt es sich, dafür zu kämpfen. Und dann lohnt es sich, Gefahren einzugehen, Risiken einzugehen. Und dann besteht tatsächlich die Möglichkeit, zu siegen und ein schönes, lebenswertes, erfülltes Leben zu führen. Dabei wünsche ich euch natürlich viel Glück, mir auch, und viel Spaß mit schwarzer Schwäde.